Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Bowl 2. Wir spielen gegen die Paturella Pests. Ein Skarven-Team mit Ratten-Oger, da haben wir ein bisschen Sorge vor. Mit unseren Finstars. In der Weltmeisterschaft natürlich. Wir werden mal als erstes angreifen, habe ich mir überlegt. So, zeig doch mal her. Drei Gossenläufer, kein Werfer, okay. Drei Gossenläufer, kein Werfer, die sind eh klar, die zwei Storm-Vermind. Und ein Ratten-Oger. Uiuiui, hoffentlich verprügelt der uns nicht so doll, der Ratten-Oger. Okay. Das ist ja ganz nett. Kriegen wir einen freien Blitz auf eine... ...einen Gossenläufer hier. Oder auch nicht, okay. Oder auch nicht. Ähm... Du gehst da. Du gehst da. Du gehst hier. Ähm... Achso, nee, wartet mal. Wir müssen ein bisschen auf die Dings gucken hier. Du gehst hier. Ähm... Genau, nämlich. Ähm... Hatten wir nicht einen Chaos-Krieger-MVP? Nee. Verwechselt. Verwechselt, Leute. Oh, jetzt habe ich mich ein bisschen verschluckt. Ähm... Wollen wir... Müssen wir eigentlich ein bisschen, wa? Wartet mal. Müssen wir für den Fall eines Blitzes, müssen wir hier die Seiten dicht machen. Damit die lustigen Gossenläufer uns hier nicht einfach so durchrennen können. Sanfte Brise, alles klar. Oh, der liegt aber schön. Ähm... Wie rum machen wir es? Ich glaube... So erst mal. Ja. So. Und dann hauen wir... Ratten. Na gut, wir schieben Ratten. Es macht schon wieder sehr, sehr Spaß. So. Ah, hätte ich anders machen sollen? Egal. Hätte erst die beiden außen machen sollen, hätte ich hier den Ratten-Oger noch zurückschieben können. Verdammt. Ähm... Na also. Na also. Es geht doch. Und ich bleibe. So. Und jetzt... Können wir noch was blitzen? Wir blitzen einen Feldspieler, habe ich mir überlegt. Weil die müssen weg. Boah, ey. Jens, jens, prima erster Zug. Und geht hierher zurück. So. Ähm... Du kommst. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da nur hin. Okay. Ähm... Joah... Machen die Seite mal trotzdem nicht ganz auf hier. Nicht, dass er hier rumgeschwärmt kommt, sich irgendwie den Ball schnappt und dann hier drüben Schweinkram macht. Und... Und... Jip. Hol dir das Ding. Sammelt es nicht. Und... Lassen wir auch erstmal. Wir haben genug Zeit. Er hat nur einen Angriff. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Ausgangsposition. Da musste ich jetzt kein Re-Roll drauf verwenden. Meine, sind ja noch sieben Züge übrig jetzt. Und... Das ist natürlich keine so verkehrte Geschichte, dass er jetzt hier versucht, direkt den Ball in Bedrängnis zu bringen. Mit Gossenläufern. Ah, okay. Stellt den dazu, wird er wahrscheinlich mit dem Stormwärmen blitzen. Kann er mit den anderen Gossenläufern hier dichter, kürzeren Weg nehmen. Ja, macht Sinn. Kann nur schieben. Sehr, sehr... Weil ich dumm bin. Natürlich kann er den Boat Down einfach nehmen. Mmh, Finn. Mmh. Aber... Laufweg mäßig hat er da nicht viel gewonnen. Weil sein Spieler selber im Weg steht. Hat den... Ey. Gewinnt hier das Fifty Fifty. Ist ja unfassbar. Okay, dann verschieben wir einfach nach links. Also, da haben wir... Da haben wir alle Spieler frei erstmal noch. Ja, zu erwarten, zu erwarten. Das würde ich gerne sehen jetzt. Mach das nochmal, bitte. Okay, vielleicht verschieben wir auch nicht nach links, sondern hier einfach in der Mitte durch. Oh, süß so ein bisschen, ne? Wir haben alle vier Chaoskrieger frei, um den Cage zu basteln. Das ist natürlich nicht so verkehrt. Wir können den Rattenogern mit einer Ziege marken eigentlich. Diese Ziege kann einfach aufstehen. Ähm... Diese Ziege stellt sich jetzt hier hin. Das ist jetzt natürlich ein bisschen gefährlich. Sollte was schief gehen mit dem Ball. Wir müssten das jetzt rerollen dann. Ähm... Wir blitzen natürlich einen Gossenläufer. Können ihn nur schieben und folgen. Ähm... Stellen hier noch eine Ziege hin. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Würde ich dort stehen. Ja. Können wir machen, wa? Schön weit aus der Reichweite des Rattenogers raus. Ah, er kommt da trotzdem ran. Deswegen müssen wir so machen. Damit er dann ein bisschen behindert steht. Und auf der Seite machen wir noch so. Und dann müssen wir jetzt den Ball aber sammeln, Leute. Hat ihn und stellt sich hier rein schön. Gefällt mir ganz gut. Ja, es blitzt nicht mal mit dem Rattenogger. Finde ich gut. Jetzt fängt er natürlich an, zwei Würfel zu bekommen hier. Nichts Schlimmes passiert. Alles gut. Und müsste jetzt so langsam... Oh, jetzt kriegt er sogar zwei Würfel mit dem Gossenläufer. Hm, macht Sinn. Kann nur schieben. Sehr, sehr nice. Ja, versucht hier den Weg zuzumachen. Macht auch Sinn. Ich würde gerne mehr nach hier, um weiter weg von dem Rattenogger zu sein. Damit der richtig schön dumm bleibt. Ähm, aber da ist nicht so viel Platz jetzt. Wartet mal, wenn wir den hier weg machen. Da, da, da. Nee, sind immer Dings. Sind immer Tackle-Zonen da. Kommen jetzt nicht richtig weit. Haben selber wieder nur einen Angriff. Was mir nicht so gut gefällt. Ähm. Der Rattenogger. Kommt sehr, sehr weit, ja. Hm. Wie machen wir es? Der spielt leider gar nicht so schlecht. Ähm. Können hier die Ratten einkesseln. Was haltet denn davon? Wenn wir die richtig hart zustellen. Dass die gar nichts können. Eigentlich gar keine schlechte Idee, wa? Nee, lass uns das mal mit einer Ziege ruhig machen. Ja. Läuft's. Lege den dorthin. Und folge. Gelähmt ist doch schön. Das ist doch schön. Kommst du da hin? Ohne Gopher, jetzt kommt er. So. Du gehst da schön hin. Du gehst schön daneben. Du stellst dich dorthin. Du kannst dich hier noch mit hinstellen. Du stellst dich da schön rein. Du machst hier noch so. Obwohl, warte. Ähm. Nee, du gehst hier noch hin. Und du gehst da noch hin. Und dieser kleine Ziegerich... ...stellt sich hier dran. Jo. Ich glaube, das ist ganz gut. Ah, da merkt man schon, ich bin nicht ganz so erfahren. Weder gegen Ratten, noch mit Chaos. Ähm, da, das sind so Situationen, wo ich jetzt nicht so richtig weiß, was will ich damit. Ähm. Der kriegt halt niemals irgendwelche Würfel. Wohl einen würde er bekommen. Wenn er hier seinen Gossenläufer noch dran stellt. Aber wir haben noch reichlich Züge Zeit. Und jetzt bekommen wir so langsam ein paar Angriffe. Das finde ich ganz nett. Ähm. Er bekommt einen Würfel. Kann wieder Booth Down nehmen. Gibt's doch nichts. Lacker Kacker. Kriegt auch da einen Würfel. Habe ich falsch hingestellt. Bleibt hier stehen. Macht alles Sinn. Kriegt jetzt hier immer noch Minuswürfel. Alles gut. Hat aber noch Leute. Genau. Zum Leutezustellen. Oh, da kommt der Blitz. Mit einem Würfel. Mutig. Mit zwei Würfeln. Warum? Warum hatte der denn jetzt zwei Würfel? Ach, weil der hier ungedeckt ist. Alles klar. Stellt mich jetzt natürlich sehr, sehr kompakt hin. Mhm. 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 Aber. Tadadadam. Warte. Der hier weg. Zack. Nee. Aber wenn wir den noch wegkriegen, den müssten wir blitzen. Können wir loslaufen. Versuch dir das ausweichen. Versuch dir das ausweichen. Schafft es. Schafft es. Kriegt hier einen Würfel auf die Ziege. Mit Grossenläufer. Bams. Nice. Schön. Eingossenläufer weniger. Sehr, sehr gut. Zwei SSP. Auf unserem kleinen Ziegenmann. Prima. Das sind Sachen, die ich gerne habe. So. Ja. Den blitzen. Den umnieten. Aufstehen. Weiß noch nicht, wo ich mit ihm hin will. Will ich hier vielleicht dem zustellen? Oder. Nee. Einclip. Warte mal. Wir gucken erst mal, was hier passiert. Weil. Ja. Genau. Ähm. Obwohl ist egal. Ich folge. Stell's den mal zu. Wir hauen mal den. Sehr, sehr gut. So. Und folge. Jetzt den hier blitzen. Kommen wir nur mit Ausweichen hin, weil die Jungs im Weg stehen. Das ist scheiße. Ähm. Du könntest den blitzen, ne? Mit Ausweichen, weil da auch noch einer steht. Mano. Warte mal. Was denn, wenn wir... Nee. Dafür steht er jetzt im Weg. Ähm. Ja. Müssen wir dann so machen hier. Oder möchte ich... Nee. Ich möchte den eigentlich doch lieber von hier geblitzt haben. Auch wenn das meine Bewegung einschränkt. Rums die Brums. Lege den dorthin. Sehr, sehr schön. Folge. Und... Ach so. Wartet mal. Gehe dorthin. Der kleine Chaoskriegermann geht hier hin. Der kleine Chaoskriegermann geht... Warte mal. Wenn der da noch hingeht... Ja. Da kann ich auch Ziegen dranstellen hier. So. Dieser kleine Ziegerich müsste da ein Go-Fold nehmen. Das möchten wir aber nicht so gerne. Ähm. Geht er lieber da hin. Du kleiner Ziegenmann gehst hier hin. Und du kleiner Ziegenmann. Tja. Möchte ich hier das Loch dicht machen. Hier für Stärke aus der Hölle sorgen. Oder wie oder was. Oder hier vielleicht sogar. Hier hinten zwei Spieler frei. Könnte ich natürlich auch... Wo kommt der alles hin? Der kommt da hin. Aber nur außenrum aus der Hölle. Das wird glaube ich nichts. Ähm. Können wir wen... Ne. Es liegen nur Feldspiele am Boden. Da lohnt sich auch kein Foul. Da habe ich gerade so drüber nachgedacht. Lohnt sich nicht. Ähm. Der geht... Wo geht er denn hin? Hier hin? Oder ne. Der stellt den einfach zu hier. Dann muss er hier ein Ausweichen nehmen. Ne. Gefällt mir auch nicht. Ähm. Ich bin unentschlossen. Ich möchte hier hin. So. Ja. Geht hier auf Abfangkurs. Er riskiert hier die Go-For-It's nicht. Aber das Ausweichen? Ja gut. Aber ist ein Gossenläufer. Der weicht aus wie ein junger Gott. So. Hier kriegt er natürlich... Kriegt er natürlich seine Würfel mit dem... Ratten-Oger. Was? Dr. Schnabler von Rom. Seht mir mal. Black Death 1346. Peter Pneumonic. Rattus Norvegicus. Ha 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 ha. Interessante Namen. Rattus Rattus. Oh gut. So. Dr. Schnabler. Oh. Schnabelt mir direkt eine. Super. Leute. Neuen Rüstungen. Es ist in diesem Turnier, in dieser Ladder einfach gar nichts wert. Wer neuen Rüstungen hat, geht sofort zu Boden. Ei, ei, ei. Und bleibt liegen übrigens. Bleibt stehen. Lässt mir damit den Chaoskrieger frei. Finde ich ja ganz nett. Ah. Kriegt hier halt einen Würfel. Das gefällt mir nicht. Hat er schon geblitzt? Nein. Nimmt hier den Blitz. Kann Both Down nehmen. Gibt's doch nicht. Wollen wir den surfen? Wir können den surfen, Leute. Wenn wir den von hier blitzen. Pst. Geschoben kriegen. Und dann mit unserem Ballträger angreifen. Kriegt wieder einen erfolgreichen Einwürfel. Alter. Gibt's ja nicht. Na, ist nur gelähmt. Alles gut. Alles gut. So, wir haben Spieler frei. Den hier nämlich. Und der stellt sich hier erstmal schutzmannmäßig hin. Und du kannst den hier vertrimmen. Jawohl. Da hinlegen. Und schön bleiben. Sehr, sehr nice. So, du gehst hier hin. Ist natürlich von vorne offen jetzt, ne? Das ist dumm, ja. Der muss hier hingehen. Ähm. Achso, ja. Jetzt müssen wir den erstmal befreien, damit wir blitzen können. Warte. Ja. Das machen wir später. Ähm. Ja. Können nur schieben. Ist in Ordnung. Ordnung. Schiebe den dorthin. Und bleibe schön. Jetzt blitzen wir hier. Ähm. Wir schieben nur. Wir nehmen das komplett auf. Unsers Risiko. Folgen. Und da ist er weg. Der kleine Sturmwürmün. Ich bleibe. Ah. Leider wieder nichts Schlimmes. Und du bist dorthin. Ne. Schieb wieder nur. Die Chaoskrieger sind echt ne Wurst. Bleiben. Und müssen den hier in die Lücke stellen. Und dann nehmen wir hier noch einen Würfel. Komm. Hm. Können wieder nur schieben. Äh. Schiebe den dorthin. Und. Ich. Mh. Ich muss hier folgen. Sonst sind die alle drei frei. Da muss er wenigstens einen Angriff benutzen. Um die zu befreien dann. Weil drei Freie wären mir hier zu riskant. So. Stellt hier den zu. Aha. Kriegt da nur einen Würfel. Achso. Mit dem kann er sich da auch noch hinstellen. Ähm. Schwerlich. Ja. Mit zwei Gophers. Bitteschön. Mach es. Nimmt das erste Go for it. Und nimmt das zweite Go for it. Jetzt hat er zwei Würfel. Was mir natürlich nicht zu gefallen weiß. Auch dieser kleine Ziegenmann ist noch außer Reichweite. Kann nur Bautdown nehmen. Re-Roll that. Und kann ihn umhauen. Mit einem Scheiß-Gossenläufer. Unfassbar. Wenigstens bricht die Rüstung nicht. So. Geblitzt hat er jetzt noch nicht. Kann noch blitzen. Uiuiui. Ei, ei, ei. Wenn er mit dem hier rein blitzt. Ei, ei, ei. Mhm. 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 Aha, markiert diese Ziege. Hat er Angst vor dem Querpass. Zurecht. Zurecht. Querpässe sind meine Spezialität. Aha, markiert hier beide Chaoskrieger. Zwingt mich damit einen. Ähm. Einen zum Zuschlagen zu benutzen. Hat er etwa vergessen, dass er noch blitzen kann, diese Runde? Es scheint mir beinahe so. Ah, doch nicht. Er blitzt. Und zwar richtig. Ähm. Gelingt. Dieser Ratten-Oger, Leute, ist sein Geld wert. Und Rambo 2 hat es direkt wieder erwischt. Rambo ist ein Pechname. Er verpasst das nächste Match. Supi. Gut, dass wir den gekauft haben. Ich habe noch überlegt hinterher dann so. Den hättest du gar nicht kaufen sollen, wa? Dachte ich so bei mir. Hättest du lieber, äh... Hättest du lieber mit dem Journeyman gespielt und dann schneller den Minotaurus gekauft. Tja. Okay. Steht gar nicht so verkehrt, muss ich gestehen. Du stehst mal auf. So, das heißt, wir haben ja zwei Plus-Stärke. Der hat nur fünf. Ähm... Können da noch einen dran bringen. Diese beiden Ziegen können mal aufstehen. Die sind jetzt leider sehr, sehr weit ab vom Schuss. Nur durch eine scheiß Ratte gedeckt. Ähm... Das ist die Frage... ...aller Fragen. Könnten blitzen... ...passen, laufen... Aber die sind alle frei, ja. Können doch lieber hier blitzen. Oder wir blitzen einfach... Warte mal. Ne, da kriege ich keinen... Warte mal. Wenn ich den von hier blitze, kann ich hier beiseite schieben. Möchte ich das? Schon so ein bisschen, ne? Und blitzen wir den von da. Machen wir hier erstmal den Chaosmann frei. Ach, wieder nur schieben. Sehr, sehr belastend, meine Lieben. Ähm... Ich kriege hier zwei Stärke. Kann den Rattenogre zu Boden schleudern. Schleudert den Purchen zu Poten. Und ich folge. So. Und das ist doch gar nicht so verkehrt. Ähm... Ich glaube, hier nehme ich lieber das Ausweichen als den Block. Weil dann kann ich mit ihm hier noch Leute zustellen. Das machen wir mal schön. Du gehst hier hin. Ach, ich hätte ihn noch bewegen können. Aber viel Bewegung kann der nicht mehr gehabt haben. Du gehst hier hin. Du gehst... Ähm... Dorthin. Und du weißt aus. Macht es. Noch nicht mal ein Reroll gebraucht. So ein Scheiß. Und... Ähm... Ich nehme erstmal ein Go for it. Schafft es. Und nehme nur das zweite. Schafft es. Easy peasy. Das finde ich natürlich prima eigentlich, wie das so läuft. Bis auf, dass wir eine Verletzung haben schon. Ähm... Weil... Dann hat er selbst, wenn ich jetzt punkten kann, auch nur noch zwei Züge. Ah, kriegt ihr Stärke für den. Alles klar. Ja, stellt hier Leute zu. Macht auch Sinn. Und dann kann er hier halt mit dem Gossenläufer vorrennen, ja. Kann er machen. Oh, hm... Kann er natürlich auch machen. Ist aber ein bisschen risky, ne? Ich würde gern mehr Gossenläufer hauen. Aber ist immer so unangenehm. Punkten ist wichtiger erstmal. Nimmt hier einen Würfel. Kann nur schieben aus dem Schmorsum. Muss den da hinschieben, klar. Folgt sogar, okay. Ah, um den hier zu negieren. Alles klar, ich verstehe. Kann jetzt mit ihm hier außenrum ran. Hat dann eine... Achso, macht es andersrum. Ja, macht Sinn. Macht alles absolut Sinn. Und blitzt jetzt mit dem Blitzer dahin. Schafft schon wieder sein wildes Tier. Und blitzt jetzt mal einen Ball. Hat er gut gemacht? Habe ich nicht gut genug aufgepasst. Bam, GoFight schief gegangen. Rerolled hat. Und schafft es diesmal. Sieht man schon im Würfellok. Und bekommt ihn umgehauen. Legt ihn da wahrscheinlich an den Rand. Und dann wird es lustig, wenn der Ball nach außen verspringt. Und irgendwo anders hin. Wird es nochmal spannend, diese Halbzeit. Gibt es ja nicht. Da bricht wieder die Rüstung. Und der Ball fällt sehr gut für uns. Aha, stellt sich da noch hin. Alles klar, macht alles Sinn. Ja. Schwierige Geschichte jetzt. Muss noch irgendwie punkten. Ähm. Warte mal. Da geht das Ausweichen schief. Und holt sie eine Verletzung. Schön. Schön. Gibt leider keine SSP. Aber, naja. Ähm. So. Wir müssen jetzt mal hier hinterher kommen. Ein bisschen wenigstens. Ah, ich hätte vielleicht den Rattenogger zustellen wollen. Ja, hätte ich gewollt. Naja. Ähm. Ihr geht hier mal so hin. Und da mal so hin. Kriege ich hier natürlich nur einen Würfel. Bisschen ungeil ist. Ähm. Hier kriege ich auch immerhin einen Würfel. Tja. Ähm. Ja. Ich hätte mit dem den Rattenogger zustellen sollen. Hätte ich da zwei Würfel gekriegt. Wie machen wir es? Ich könnte das. Äh. Ja. Kann ich aber nicht mehr. Da ist der Blitz aber weg. Dann ist der Blitz aber weg. Ähm. Ähm. Begreifen. So. Ne. Da kriege ich zwei Würfel, wenn ich blitze. Alles klar. Mach mal so. Totenkopf. Sehr, sehr schlecht. Und Boast Down. Auch schlecht. Scheiße. Ach. Come on. Shit. Das war jetzt richtig, richtig mies. Kacke. Ah. Ich wollte jetzt mit ihm den hier blitzen. Den Ball aufsammeln. Und loslaufen. Aber. Ja. Seht ihr. Er ist schief gegangen. Sogar noch mit einem K.O. Auf meiner Seite. Richtig prima. Kriegt hier zwei Würfel. Kann dann mit dem Gossenläufer noch Sachen machen. Ach. Scheiße. Unterzahl gegen Ratten. Das kann doch schon wieder nicht sein, ey. Haut den natürlich weg. Oh. Easy peasy. Both Downs aus der Hölle wieder. Kann jetzt mit dem gemütlichst den Ball sammeln. Ich habe niemanden mehr in Touchdown Range. Scheiße. Kann er noch? Er könnte sogar. Wenn er mit dem losläuft. Scheiße. Wo mit dem könnte ich noch, wenn er den Ball da jetzt gelassen hätte. Oh. Und läuft los. Ah. Das wird nicht mehr reichen dann, oder? Du musst ein bisschen geradeaus. Den Umweg kannst du dir, glaube ich, nicht erlauben. Er hat noch seinen Reroll. Kann sich das doch erlauben. Dann muss jetzt GoFords nehmen. Drei. Ah. Scheiße. Ja. Der kommt nur mit GoFords ran. Es würde aber reichen, den Eins zurückzuschieben, glaube ich. Gucken wir gleich mal. Das wäre natürlich jetzt die Höchststrafe, wenn er sogar noch einen Gegentouchdown schafft. Dieser Chaoskrieger hält, was seine Rüstung verspricht. Ah ja. Sehr gut. Das geht schief. Kann aber den Reroll nehmen. Obwohl er sich den vielleicht aufheben möchte für den letzten Zug. Weil er da GoFords nehmen muss. So. Zeig mal her. Der schafft es genau. Wenn ich den weggeblockt bekomme, schafft er es nicht. Kann doch nicht dein Ernst sein. Sehr, sehr gut. Lege dich dorthin, du Ratte. Und ich folge. So. Wir haben zwar keinen Touchdown gemacht, aber jetzt gibt es noch Ratten-Moves. Oh, wir können sogar. Wollen wir das? Ah, können wir schwerlich. Der Oger hat nur acht Rüstungen. Das geht. Das geht, Leute. Steh du mal auf. So. Du kommst nirgends so richtig hin, wo du nützlich wärst. Ich würde eigentlich ganz gerne den Gossenläufer blitzen. Aber das wird wohl auch nichts mehr. Er hat noch einen Zug. Wenn ich hier blitze. Warte mal, wenn ich hier nicht blitze. Warte mal, warte mal, warte mal. Ähm, drei, vier, fünf. Wird alles nix. Ne, wird alles nix. Dann muss ich den leider blitzen hier. Hä? Ich hab schon geblitzt. Otto. Typ. Klar, hab ich schon geblitzt. Vielleicht doof bin, ey. Ähm, dann gehst du mal da hin. Du stehst mal auch auf. Du stehst mal auf. Du stellst dich mal hier noch so mit hin. Dann kann ich den hier noch hauen. Beziehungsweise schieben. Auch immer gut. Immer gut. Schieben ist der König. Dann habe ich hier immerhin einen Würfel. Gegen Rattenroger? Nimmig. Sehr gut. Immerhin kein Gegentouchdown. Unser Rimbo 2 verpasst das nächste Match. Und wir sind in Unterzahl gegen Ratten. Das sind immer Sachen, ey. Ach nee, gerade sind wir gar nicht in Unterzahl. Ich hab hier mal den einen rausgeschoben. Der sich ruhig dabei hätte verletzen können, finde ich. Ähm, er hat's ja schon geschrieben hier. Seine Ratten verletzen sich den ganzen Tag selber. Ja, das hat er beide selber gemacht. Die beiden Verletzungen. Gut, für die eine haben wir zwei SSP bekommen. Aber, hm. Oh, holt sich hier den zweiten Würfel. Macht absolut Sinn. Rums die Bums. Ach, Leute. Oh, jetzt habe ich die Schnauze voll, ey. Ach, Mann. Was ist denn mit meiner Rüstung los in dieser Weltmeisterschaftsqualifikation? Das ist doch nicht euer Ernst. Geht mir richtig auf den Sack. Es sind zum Glück nur drei K.O. Die können alle wieder aufstehen. Kann hier nur ein Boot down nehmen. Kann das aber rerollen einfach. Genau. Nimmt den Pau. Nix passiert. Ja, scheiße, ey. Hoffentlich stehen die auf. Die müssen aufstehen, sonst bin ich gearscht. Aha, will ich hier den lieber noch kaufen? Hm. Nimmt hier ein Ausweichen. Sammelt doch den Ball noch auf. Aber wo will er den Pass dann hinwerfen? Der da steht ungedeckt. Das könnte er versuchen. Ach so, oder? Ah, er wirft natürlich lieber zu einem, der selbst viel geschickt hat, ja. Macht absolut Sinn. Oh, vielleicht kriegen wir einen Abfang-SSP. Abgefangen. Zwei SSP gibt das sogar. Nice. Ja, nur schade, dass die Dings vorbei war.